Wir freuen uns für euch, Jugendliche, dass ihr euch so gut ausruhen konntet. Das sind alles gute Erinnerungen, Erfahrungen, das ist alles, was mit Freundschaft zu tun hat, was euch euer Leben lang begleiten wird. Auch wenn ihr graue Haare haben werdet, werdet ihr das euren Enkelkindern erzählen, wenn der Herr dann noch nicht da war. Weißt du, wie das dort war? Also verpasst sowieso eine Zeit nicht und schätzt diese Zeit. Okay, gute Zeit haben wir heute. Amen. Ein Christ betet. Herr, wozu hast du den Menschen die Ohren gegeben? Die hören doch sowieso nicht auf dich. 2020, mein Sohn, wird eine Pandemie stattfinden. Und werden sie dann auf dich hören? Nein. Nein. Aber sie werden etwas haben, wo sie ihre Maske mal anhängen können. Lass uns noch mal unseren Herrn preisen. Und lass uns heute solche Ohren haben, die auch hören. Und nicht nur, dass wir unsere Masken dahinter klemmen. Okay. Okay. Wir haben gehört, dass Gott in der letzten Zeit besonders sein Volk dazu aufruft, damit wir anfangen, im Geist zu wandeln. Deswegen haben wir auch mit dieser wunderbaren Predigt-Serie begonnen, das übernatürliche Lernen. Und mein Thema heißt heute, Achtung, Glaube gesucht. Also wenn du heute hier bist, dann hast du den Glauben. Aber du wirst niemals erfahren, wie stark dein Glaube tatsächlich ist, solange du Prüfungen nicht durchgehen kannst. Denn nur durch eine Krise bringen sie hervor, was in unserem Herzen so ist. Nicht unsere heiligen Worte oder unsere Gebete zeigen, was dort ist. Sondern genau diese Prüfungen bringen das heraus, was in unserem Herzen so ist. Und doch, es ist zu wenig zu verstehen, was in deinem Herzen ist. Man muss noch damit sich beschäftigen. Man muss durch diese Krise mal durchgehen. Und deshalb brauchen wir das übernatürliche Glauben, um nicht schwach zu werden, umgekehrt und stark zu werden. Sag mit mir Amen. Ein Tag hat den anderen gewechselt. Und schon seit einem Monat widerstehen sich zwei feindliche Armeen. Saul ist müde geworden. Alle erwarten von ihm irgendwelche entscheidenden Handlungen. Aber er kommt immer noch nicht darauf, welche Entscheidung er treffen soll. Und er erinnert sich. Er fühlt diese Last der Verantwortung auf sich. Aber er kann sich für nichts entscheiden. Und er erinnert sich, wie die Israeliten begonnen haben, Gott zu bitten, um einen König. Wie der Prophet Samuel ihn auf die Königherrschaft gesalbt hat. Und Gott antwortete ihm, Nein, ich bin euer König. Ich bin euer Gott und ich führe euch. Kein menschliches Königreich kann sich mit meinem Königreich vergleichen. Und das Volk antwortete, Ja, ja, wir verstehen das. Aber wir wollen trotz allem einen König, wie bei allen anderen Völkern auch. Und Gott gibt nach. Er wählt den Saul. Er war der Schönste. Er war derjenige, der von dem ganzen Volk besonders war. Er war der Würdigste. Und hier dieser Monster Goliath, der jeden Tag auf das Feld geht und schreit raus, Ey, ihr seid Vikinge. Ihr wollt nicht mehr gegen mich kämpfen. Denn diejenigen, die siegen, die bekommen alles, also die erben alles. Und alleine von diesem Schreien sind die anderen erstarrt vor Angst. Und der Saul auch. Und er kam irgendwie nicht drauf, was er tun soll. Wenn der Herr immer noch der König über das Israel wäre, so denkt sich der Saul. Und der Vater von David schickt noch einen jungen Hirten dahin zu seinen Brüdern auf das Kampffeld und sagt, du sollst die besuchen, deine Brüder und schnell wieder nach Hause. Du sollst dich nirgendwo einmischen. Riskiere nichts, sondern nur nach Hause. Hatte denn der Vater gewusst, dass genau sein kleinster Sohn, in dem keiner einen Kämpfer gesehen hat, den eigentlich niemand vorher bemerkte, genau er wird die Israeliten vor den Verlister retten. Und der Saul, der gesalbt wurde zu einem Leiter von seinem Königreich, er konnte die Feinde nicht besiegen. Und anstatt, dass er selber aufs Feld geht, schickt er diesen jungen Kerl auf das Feld. Wisst ihr, Saul hat nicht einmal den David ernst genommen. Man konnte immer so tun, man konnte ja so tun, als ob so ein Gefährderjunge wollte doch selbst dahin. Und so gibt der Saul seine Rüstung dem David. Der David läuft und läuft so in dieser Rüstung hin und her. Und er begreift, das sind nicht seine Methoden, um den Feind niederzustrecken. Der David hat seine eigenen Methoden des Kampfes. Ihr wisst ja, wie die ganze Geschichte ausging. Er hat seine Steinschleuder praktisch in ihn geschmissen. Der Stein fliegt in die Stirn von dem Goliath. Die Israeliten gehen und wollen seinen Feind niederstrecken. Und die Menschen fangen an, ein Loblied einzustimmen für den David. Saul победил тысячe, David десятки тысяч. Der Saul hat tausend niedergestreckt, aber der David zehntausende. was? Gott hat doch mich als ein König erwählt. Ich war doch der Würdigste war dafür. So hat sich Saul gedacht. schau dir, wenn die die Israelin gebeten hat, die König zu geben. Aber als das Volk von Israel Gott darum gebeten hat, ihnen einen König zu geben, hat Gott ihnen geantwortet. Ihr habt mich abgelehnt. Ich war euer König. Ich habe euch geleitet und ich habe euch geführt. aber ihr habt mich abgelehnt und habt einen Menschen erwählt, praktisch das Fleisch. Schaut ihr, und als Gott ihr König war, sie haben ein Leben ohne Verluste geführt. Er hat ihnen Siege gegeben. Er gab ihnen Wunder. sie haben sich ständig befunden in dieser Gottseine Herrlichkeit. Aber sie haben ihn abgelehnt und haben einen Menschen dafür auserwählt. Schau dir, wenn du dich auf dein Fleisch beruhst oder verlässt, dann wirst du immer verlieren. Aber wenn du als dein König den Herrn auswählst, dann wirst du ein Leben leben, wo du nicht verlierst. Wisst ihr, wo der Unterschied lag zwischen David und Saul? Also kurz gesagt, Saul lebte für sich, für seine Ehre und David für Gott. Saul hat genossen seine Privilegien und liebte es, so zu leben und der David hat eine Verantwortung auf sich genommen. Beim Saul, wenn er Schwierigkeiten kam, lief er gleich zum Propheten Samuel und der David hat geglaubt. Sein Kampf war auf den Knien, er betete und durchbrach, aber der Saul liebte sich selbst und seinen Komfort, aber der David hat Gott geliebt und seine Werke. Und deswegen hat er ihn zu einem Menschen gemacht nach seinem Herzen. Wirst du ein Mensch nach dem Herzen Gottes sein? Dann stelle Gott und was Gottes ist als höchste Priorität in deinem Leben. Dann wirst du auch in seiner Herrlichkeit leben können. Ganz einfach in deinem alltäglichen Leben, nicht nur auf irgendeine Konferenz, nicht auf irgendein besonderen Gottesdienst, aber du wirst in real diese Gottes Herrlichkeit, seine Gegenwart in deinem alltäglichen Leben spüren und sehen. Ich mache mir manchmal so Gedanken, wie unterscheiden wir uns von den ersten Christen? wie ähnlich sind wir ihnen überhaupt? Wenn wir zum Beispiel über Anania und Saphira lesen, ihre Geschichte, ich lese manchmal diese Geschichte und ich verstehe das Ganze nicht so richtig. Schaut ihr, wo die erste Gemeinde gegründet wurde, dort gab es keine sozialen Organisationen. Die Christen wurden verfolgt, deswegen haben wir solche Kommunen gegründet, wo jeder, der Not hatte, seine Not befriedigt wurde. Kommunismus war so eine Art Kommunismus. Und diejenigen, die reicher waren, sie haben ihren Besitz verkauft und haben das zu den Aposteln gebracht. Und dann wurde aus der gemeinsamen Kasse an die Leute praktisch die Not hatte verteilt. Und natürlich diejenigen, die ihren Besitz geopfert haben, sie wurden besonders geehrt und wahrscheinlich haben sie gedacht, dass sie geistlicher waren. Und dieses Ehepaar, Anani und Saphira, sie haben beschlossen, ein falsches Spiel zu spielen. Sie haben ihren Besitz verkauft, aber sie haben beschlossen, etwas für sich zu behalten. Und der Anani bringt das Geld zu den Aposteln. Der Petrus schaut ihn so an und sagt, für wie viel habt ihr ihren Besitz verkauft? Ja, für so und so viel. Und der Petrus sagt so zu ihm, alles, was ihr gehabt habt, das hat euch gehört. Und ihr hättet damit machen können, was ihr gewollt hättet. Wozu hast du den Heiligen Geist angelogen? Würde ich Gott anlügen können? Das sind doch Menschen. Aber Gott hat diese Situation anders gesehen. Und seine Heiligkeit konnte das nicht ertragen. Und wir lesen, dass der Ananian an derselben Stelle umgefallen war. Und dasselbe ist auch mit seiner Frau passiert. Könnt ihr euch überhaupt vorstellen, welche Heiligkeiten die ersten Christen gelebt haben? Dass für eine einfache Lüge die beiden mit dem Tod bestraft wurden? Ein einfacher Menschen. Ich glaube nicht, dass diese Geschichte überall so war, stattgefunden hat. Ich denke, dass diese Geschichte uns erreicht hat, damit wir uns nichts vormachen, was Gottes Gnade anbetrifft. Denn Gott ist nicht nur Gnade, aber auch Heiligkeit. Gnade, Liebe, aber auch Heiligkeit. Man darf das nicht vergessen. Und wir brauchen unseren Glauben nicht nur dafür, um das zu bekommen, was wir erbeten haben, auch dafür, heilig zu leben und ein übernatürliches Leben zu leben. Glauben Glauben zu Glauben welche Werte hatten die ersten Christen, damit sie so glauben konnten. Unterscheidet sich unser Glaube mit etwas von ihrem Glauben oder ist er anders? Und welchen Glauben brauchen wir in unserer Zeit, wo es so viel Skepsis und Zweifel gibt? Welchen Glauben persönlich brauchst du? Schaut her, wir haben über die Gesarina gehört vom Pastor letztes Mal. Sie haben ein Wunder gesehen, aber sie haben eine seltsame Reaktion daran gehabt. Sie haben Jesus gebeten, dass er weg gehen soll. Weil sie wollten, sie haben das nicht notwendig gehabt, diesen Wunder. Dieser Wunder war unbequem für sie. Wozu sollen sie etwas ändern, wenn ihnen trotzdem so gut geht, wie es ist? Versteht ihr mich genauso verhält sich das heute? Wenn wir heute über die Heiligkeit sprechen, viele Christen wollen ebenfalls nichts in ihrem Leben verändern. Wir brauchen sehr gerne diese Güte oder dieses Gute, was uns Gott geben will. Aber was sind wir bereit zu geben? Was sind wir bereit dafür zu tun? Wie weit sind wir bereit zu gehen? Wir sind sehr oft nicht bereit uns anzustrengen. Wir haben heute Versicherungen, Rechtsanwälte, wir haben heute soziale Organisationen. Wir sind bereit jegliches Geld zu zahlen, aber Hauptsache wir strengen uns nicht an. Natürlich macht das unser Leben einfacher und es ist gut. Aber der Glaube ist ein Aufruf, ein Ruf. oder eine Herausforderung. Der Glaube bedeutet eine Anstrengung. Der Glaube fordert die Entwicklung der Persönlichkeit. Disziplin. Und der Glaube zerreißt von deinem kleinen Welt, was du so eingebildet hast. und führt dich auf die neue übernatürliche Ebene in die Sphären von Gottes seiner Herrlichkeit. Versteht mich jemand hier? Danke Dankeschön. Wir lesen auch über die Reaktion von Samaritern. Das steht im Evangelium von Johannes. Johannes. Die Reaktion von Samaritern war komplett gegensätzlich der Reaktion von Gesarinern. Ihr könnt euch bestimmt an die Geschichte erinnern, wo Jesus am Brunnen da saß und mit einer Hure gesprochen hat. Und hat Jesus mit dieser Frau geredet und sie hat angefangen zu glauben. Sie rennt in die Stadt. Sie ruft Menschen zusammen sagt, kommt und schaut euch das selbst Und dann lesen wir danach, dass diese Samariter aus ihren Häusern rausgeholt sind. Die haben auch versucht, Jesus zu halten, damit er noch paar Tage bei ihnen bleiben kann. Schaut etwas noch Erstaunliches sie haben noch nicht einmal ein Wunder gesehen. Sie haben einfach nur gehört, dass irgendeine Sünderin die sie verachtet haben erzählt hat, dass er ein Prophet ist und was er erzählt hat. Und so sind die Menschen Jesus entgegen gerannt. Aber sie hatten offene Herzen. Sie haben gehört, sie haben geglaubt und sie haben den Sinn vom Evangelium verstanden. Schaut her, die Israeliten haben es nicht verstanden. Obwohl Jesus dort täglich gepredigt zu viele Wunder vollbracht hat, aber sie haben immer noch nicht begriffen. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Priester haben das nicht begriffen, weil ihre Herzen voller religiöser Stolz waren. Sogar die Jünger von Jesus haben nicht ganz begriffen, was Jesus so gemeint hat. Aber diese Samariter, die von Israel abgegrenzt waren und nicht würdig waren, haben den eigentlichen Sinn verstanden. Lass uns das mal vorlesen, aus Johannes 4 und die Verse 39 bis 42. Viele Leute aus Sycha glaubten allein deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte. Dieser Mann weiß alles, was ich getan habe. Als sie nun zu Jesus kamen, baten sie ihn, länger bei ihnen zu bleiben. Aber er blieb noch zwei Tage. So konnten alle hören und darauf glaubten noch viele Menschen an ihn. Sie sagten zu der Frau, jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast. Wir glauben ihn jetzt selbst . Wir glauben ihm. Könnt ihr euch an den Glauben von dem Hauptmann erinnern? Er einfach Jesus gebeten hat, dass er einfach befiehlt, dass sein Diener geheilt wird. Und der Glaube von diesem römischen Hauptmann hat Jesus sehr beeindruckt. oder zum Beispiel den Zachäus von dem Steuereintrag. Jesus hat gepredigt. Dort gab es eine Menge von Menschen. dieser Zachäus der so klein war und kleinwüchsig war. Er krabbelt auf einen Baum. Alle hören auf diese Worte was Jesus so spricht. Zachäus hört das. Er glaubt und er fängt sofort an zu handeln. Ich gehe und verändere mein Leben. Und Jesus bemerkte ihn. Wisst ihr, aber es gab auch so ein Unglauben, was Jesus negativ beeindruckt hat. Er hat mal zu den Städten geredet, wo er Wunder getan hat, aber sie an ihn nicht geglaubt haben. Da sind zwei Städte, Korazin und Bethsaida. Städte, wenn Türos und Siedon solche Wunder vollbracht worden sind, dann hätten sie sich bekehrt. Aber sie haben sich nicht bekehrt. Was hast du heute für ein Glauben? Schau mal in dein Herz hinein. Ist es seelische, rettende oder das übernatürliche Glauben, was dich in die Sphären Gottes Herrlichkeit führt? Der Glaube ist nicht das, was du spürst oder deine Gefühle. Der Glaube ist eine Wahl. Wenn du willst zu glauben, auch wenn du noch nichts fühlst, dann der Heilige Geist beginnt zu arbeiten. Er beginnt zu erwecken, die Rezeptoren wieder zu erwecken, die dich zu Gottes Handlungen führen. Du hast erst einmal beschlossen und hast gewählt und du fühlst noch nichts. Aber Gott schließt dich in seinen Prozess hinein. Wisst ihr, was Jesus damals so erlebt hat oder gespürt hat? Er hat sich Sorgen gemacht. hat sich Sorgen gemacht damals. Und auch heute ertönt diese Frage an uns. Wenn ich komme, werde ich den Glauben auf der Erde finden? Jesus sucht nach dem Glauben in uns. Jesus sucht den Glauben in dir. bis vor seinem Tod hat Jesus gebetet mit seinen Jüngern. Er hat für die Jünger gebetet und auch für die zukünftige Gemeinde. Lass uns das aus Johannes 17 die Verse 21 und 22 lesen. Da будут sie jedine wie du mein und ich in dir. Und sie werden uns jedine. sie alle sollen sein genauso wie du Vater mit mir eins bist so wie du in mir bist und ich in dir bin soll auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben dass du mich gesandt hast. Schaut ihr wenn Jesus persönlich selbst darüber gebetet hat dann ist es sehr wichtig in Einigkeit oder in Einheit der Gemeinde zu sein. Schaut ihr als erstes dann werden die anderen glauben wenn sie sehen dass wir in Gott sind und Gott in uns ist und das Zweite dann wird seine Herrlichkeit durch uns den anderen gezeigt den Vers 22 sich und Gott hat seine Gaben der Gemeinde gegeben und nicht jedem getrennt so einzeln Gott hat seine Gaben der Gemeinde gegeben und nicht einzelne Persönlichkeit deswegen zeigt sich seine Herrlichkeit in der Gemeinde durch jeden von uns wer braucht schon so ein Glauben was nichts bewegt was wieder über Gott seine Herrlichkeit über seine Liebe bezeugen kann es ist einfach nur eine Religion der absolut keiner braucht aber wenn du in der Gemeinde bist dann ist es nicht so einfach dein Glauben zu erlöschen und alle deine Krisen alle deine Prüfungen was du so hast vergehen einfacher du entwickelst und deine geistlichen Gaben entwickeln sich auch weiter und du bewegst dich in der übernatürlichen Welt wenn 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 ein Mensch aus irgendwelchen Gründen von der Gemeinde isoliert dann entsteht eine Gefahr dass er sein Glauben verliert ich bin doch mit der Gemeinde verbunden ich bin doch online dabei ich schaue so viele predigen dass ich schon bald selbst predigen kann das funktioniert nicht so du musst in Realität mit der Gemeinde zusammen sein und nicht virtuell damit Gott beginnt in deinem Leben zu wirken und durch dich zu wirken ansonsten sind es nur einfach Worte schau dir Gott hat uns als soziale Wesen geschaffen wir brauchen Freunde wir brauchen die Gemeinschaft miteinander und nicht nur den Frauen Männer sag doch mal ein Amen schwaches Amen ihr seid ein bisschen zurückhaltend wir brauchen die Gemeinschaft und Kommunikation wir brauchen einander du kannst nicht ein vollkommenes Leben leben wenn du allein bist also wenn du einsam bist genauso verhält sich das im geistlichen Leben einsamkeit macht krank schau vor Jahren wurden solche erforschungen angestellt auf das Thema wie das soziale Leben auf die Gesundheit von Menschen sich auswirkt und es hat sich heraus gestellt dass die Menschen die reale soziale aktiv haben und in realität so eine hohe soziale Gemeinschaft besitzen sie sind weniger krank und innerhalb von neun Jahren wurden siebentausend Menschen untersucht aus verschiedenen Schichten also Schichten der Menschen Sozialschichten und als Resultat bei den einsamen Menschen war dreimal höher die Todesrate war höher dreimal höher als bei den sozial Aktiven sogar auch unter den Menschen die keinen gesunden Lebensstil geführt hatten sind absolut die gleichen Resultate weiter bei den anderen die sich einer Menschen Gruppe angeschlossen haben innerhalb der nächsten sechs Monate hat sich die Todesrate um fünf also die Risiko zu sterben hat sich um 50 Prozent minimiert Das ist ein sehr gutes Argument für die kleinen Gruppen Also kurz gesagt wenn du das nächste halbe Jahr überleben willst komm zu der kleinen Gruppe es ist besser Cola mit den Freunden zu trinken als Salatblätter in Einsamkeit zu kauen wenn du eine kleine Gruppe hast du wo du dich unterhalten kannst wo du lachen kannst wo ihr gemeinsam füreinander beten könnt Wenn du so eine kleine Gruppe nicht hast dann komm bitte zum Infotisch wir werden für dich bestimmt eine gute finden Wenn du dich online also virtuell mit jemand kommunizierst oder in Social Media dann ist diese Statistik nicht über dich Also diese Forschung und diese tolle Resultate sie betreffen nur eine Live Gemeinschaft weiter 270 Personen aus diesen Erforschungen sind krank geworden an der Grippe also nicht Corona sondern einfache Grippe und es hat sich heraus ausgestimmt dass die Menschen die eine starke emotionale Bindung zu anderen Menschen hatten haben viermal leichter die Krankheit ertragen und sind viermal schneller gesund geworden als die einsamen wenn sie nicht einsam gehalten haben beeindruckt das euch nicht ich hoffe dass unsere kleinen Gruppen jetzt wachsen werden und es kommen neue Menschen dazu haben wir ein geistliches gesundes Leben wenn wir eine Unterstützung von unseren Freunden haben dann fehlt es uns leichter durch alle menschlichen Krisen durchzugehen und wir werden in unserem Leben noch viele Krisen haben schaut hier die kleinen Gruppen der Gottesdienst am Mittwoch das ist kein Rettungsring für dein geistliches Leben das ist für dein Leben unabdingbar das ist wichtig für dein Glauben wir lesen aus Hebräer 10 23 25 Halte dann diese Hoffnung fest zu der wir uns bekennen und lasst euch durch nichts davon abbringen ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen weil Gott sein Wort hält lasst uns aufeinander achten wir wollen uns zur gegenseitigen Liebe ermutigen und einander anspornen Gutes zu tun versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde wer sich einige angewöhnt haben ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben ihr seht ja dass der Tag nahe kommt an dem der Herr kommt das ist überlebenswichtig im Gottesdienst dabei zu sein um geistlich zu überleben und sein Glauben nicht zu verlieren du und ich sind dafür geschaffen worden eine Notwendigkeit in der Gemeinschaft mit Gott zu haben und mit anderen Gott zu dienen Gott nicht ihren Idolen ihren Götzen wir verstehen ja dass heutzutage niemand so die Götzen anbetet wie früher aber das Problem ist immer noch da in der modernen Welt betet man die Götzen anders die Bibel sagt zu seinem Volk was sagt sie zu seinem Volk es sollen keine anderen Götter in deinem Leben sein und heute wir faktisch beten wir uns selber an wenn wir uns selbst und unsere eigenen Wünsche höher stellen als Gott sein Willen oder wenn wir diese Dinge anbeten die den Platz Gottes in unserem Leben einnehmen also das nach was du am meisten strebst was all deine Gedanken deine Wünsche erfüllt wie warst du bereit bis zu opfern und das rückt den Herrn also Gott in den Hintergrund genau das ist dein Gott und wisst ihr was das unangenehmste ist dass Gott all diese Dinge als Hilfe für uns geschaffen hat dass unser Leben interessanter und voller wird diese Dinge sollten diese Dinge sollten uns allen dienen damit wir in unsere Berufung reinkommen können aber oftmals werden all diese Dinge zu unseren Götzen wenn sie den Platz Gottes eingenommen haben in unserem Leben es gibt solche Städte dort gibt es sehr viel Müll wir haben mal mit Händen so einen Bericht geschaut so ein Land das eine reiche Geschichte hat das war so ein Reiseführer so ein Land was reich in der Geschichte ist und eine schöne Architektur hat und Potenzial und hat ein Riesenpotenzial und wisst ihr in diesen Städten neben diesen wunderschönen Denkmäler diesen Bauten Berge von Müll sich befinden dieser weiße Strand wunderschöne Strände Palme sinie Meer blattes blaue schieß blaue Meer und all das ist voller Müll Möchte jemand solche Orte besichtigen Wohne Sobake Hunde dieser Dreck dieser Gestank Wenn wir als Gottes Volk als Christen wenn wir nicht nach Heiligkeit streben wenn wir uns mit Kompromissen anfreunden wenn wir unser Herz nicht reinigen dann werden wir diesen Städten mit dem Müll ähnlich wir geben uns zufrieden mit diesem Müll und Gott sein Feuer wird langsam weniger und weniger und es bleibt nur eine Form übrig es kommt einfach nur diese einfache Religion über welches übernatürliche Leben ist da noch die Rede ich erzähle euch noch eine Geschichte als ich noch in einer Arztpraxis gearbeitet habe es ist eine interessante Geschichte passiert bei uns wir hatten einen Patienten der hatte Scheibenvorfall er hatte sehr starke Schmerzen er kam sehr oft um zu spritzen und eines Tages kam seine Frau und bittet den Arzt damit er zu ihrem Mann kommt und etwas tut weil ihr Mann hält das nicht mehr aus und der Arzt steht da und sagt was soll ich noch tun ich kann ihm eine Spritze geben aber die Wirkung wird nachlassen und der Schmerz kommt wieder zurück ihr müsst zu einem Spezialisten ich weiß nicht warum er zu einem Spezialisten nicht gegangen ist aber ihr wisst selber dass Bandscheibenvorfall sehr schwer heilbar ist und ich war zufällig der Zeuge von diesem Gespräch diese Frau fing an zu weinen und der Arzt ging dann wieder seine Wege und ich schaue mir sie so an und ich fühle dass es in mir was brennt es brennt was mir also ich bin dort nicht einfach zum Arzt gekommen sondern ich arbeite dort und ich frage diese Frau glauben sie an Gott sie sagt ja wir mit meinem Mann gehen in eine örtliche Gemeinde wir gehen sogar in eine Kleingruppe ich habe mich so gefreut und dann frage sie glauben sie daran dass Gott heilen kann und dann sehe ich ihre großen Augen und dann frage sie lesen sie die Bibel natürlich glauben sie dass das Wort das 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 war doch damals alles und dann sage ich zu ihr Gott ist gestern heute und in Zukunft das so steht es auch geschrieben in seinem Wort und wenn Jesus vor 2000 Jahren geheilt hat tausende von Menschen wieso kann er auch ihren Ehemann nicht heilen er hat sogar mich geheilt wo ich noch nicht so gläubig war wie und dann sage ich zu ihr wenn sie nach Hause kommen legen sie ihre Hand auf die schmerzende stelle und sagen sie so wird das tatsächlich helfen und ich sage 100% ich werde auch hier bitten damit sie nicht zweifeln sie ist so schnell nach Hause gerannt sie hat so getan wie ich gesagt habe und ihr Ehemann war sofort geheilt nach paar Monaten habe ich mit ihm telefoniert und ich habe ihn gefragt wie fühlen sie sich und er sagt nachdem meine Frau gebetet hat seitdem niemals mehr schmerzen gehabt Halleluja Halleluja давайте прославим Бога Спасибо Господь Herr 2000 Jahren heute wirken kann was ist das für ein Glaube wer braucht denn so ein Glauben was nichts bewegen kann sie waren so dermaßen glücklich dass diese neue erfahrung in ihrem und als ich dann später mit diesem Mann gesprochen habe und er sagte zu mir wir wenden uns jetzt immer an den Herrn wir wissen jetzt dass er ein antworteter Gott ist dass es nicht irgendein Mythos ist sondern so ungefähr ich will nicht in die Hölle deswegen werde ich jetzt glauben die haben verstanden die haben erkannt dass Gott ihnen antworten kann dass Gott lebendig ist dass er auch heute handelt durch diese Frau zum oder durch diesen Mann durch ganz einfache Menschen und auch durch dich kann er wirken und umso mehr in deinem Leben wisst ihr Jesaja hat solche Worte das lesen wir aus dem Kapitel 43 die Verse 6 und 7 Ich die sie alle gehören zu dem Volk das meinen Namen trägt ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen ja ich habe sie gemacht Bitte schließe deine Augen ich höre heute wie Gott sein Volk ruft kommt aus der Gefangenschaft heraus aus der Gefangenschaft eurer Sorge heraus aus euren Vergnügungen aus euren Spielen ja was boh ich bin euer Gott ich habe euch geschaffen und ihr gehört zu mir ich habe euch zu meiner Herrlichkeit geschaffen für ein übernatürliches Leben kommt in meine Gegenwart hinein und lebt darin lasst uns aufstehen und beten Wir stehen vor dir mit offenen Herzen unser Herz durstet nach dir her es hungert nach dir um deine übernatürliche Gegenwart zu erleben Herr du rufst uns her reiß uns da raus hole uns aus der Gefangenschaft aus unserer Komfortzone heraus zu wir zu zu kommen wozu du uns berufen hast damit wir endlich zu Licht und Salz für diese Erde werden du 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 die Kraft gegeben du hast uns den Heiligen Geist gegeben du hast uns die Bedienungsanleitung dafür gegeben wir bitten dich zu zerstören alle festungen des Sünden in unserem Leben alles was uns von dir teilt und trennt und und wir uns immer in deine Richtung zu schauen heute lenkt uns so viel von dir ab aber wollen Herr dass du allein unser König bist dann unsere жизнь wird беспроигрышna denn erst dann wird unser Leben gewinn bringen sein сделай нас готовыми идти за тобой туда куда ты нас позовешь сделай нас готовыми служить тебе несмотря ни на что чтобы наши сердца всегда горели для тебя чтобы любовь господь она не истощалась в нас твои источники пусть будут полны в нас sollen voll sein in uns lieber heiliger Geist das ist unser Gebet das ist dein Wille Wir danken dir что все это мы имеем в тебе и мы можем сегодня это получить если примем решение wenn wir eine Entscheidung treffen спасибо danke di her спасибо di her Du bist alles, Herr. Wir beten dir, Herr. Und du bist ein allmählicher Gott, der heute wirkt, wie vor 2000 Jahren. Vier, heute, ohne Ewigkeit. Du bist derselbe. Und wir beten dir, Herr. Amen.